Musik Hey Leute, hier ist mal wieder euer Dragon Ray Und heute spielen Dominik und ich die Kassen-Sommy-Karte Klo Nachversuch 1.533.981.581 Hallo Leute, ich hoffe es ist wieder am Start Und ey, er hat es geschafft, auf Sessim zu kommen Ich wollte es mir schon gehört, die Map wird echt verdammt aufgewoptiert Aber jedes Mal passiert echt eine Scheiße, dass er auch noch auf Map fliegt Ja, irgendwie, ich weiß ja nicht, irgendwas hast du hier gemacht mit dem Programm Action, wo wir hier mit aufnehmen Und das mal irgendwie, oh, so sehen wir mal wieder auf Map fliegt, ja Ist ja egal Geld ist doch total beschränkt Wir können euch schon gleich mal 10.000 Outtakes im Voraus zeigen Wie die ganze Zeit auf Map fliegt, irgendwie, keine Ahnung Passiert halt irgendwie Kann ja jedem Mal passieren, dass man auszusehen auch nicht mehr fliegt Aber nicht so aufzusehen, dreieinander Nächste Ammo Oh, perfekt Grappling ist leer Wie, nah am Fenster töten, gell, dass wir die Drops bekommen Mhm Total beschränkt die Kacke hier Ich tue jetzt eh noch mit Pusker Nee, Mann Ich hab' mich kein Verständnis, Mann Oh, Nuke Töte sie schnell alle Warte Ja, super, da ist es, du Kannst du rein sammeln Springer Kann ich nicht Schade Sagt, dass ich die Namen Fenster töten Töten Tost gesagt, töte sie schnell alle Und eine war noch ein bisschen weiter weg Nein Du bist nicht sterben durch die Kanate Oh, Mann Pistol Action Aber diesmal schaut's gut aus Ja, wir haben zwar ziemlich gleich viele Punkte Nein, ich wollte nicht einsammeln Oh, Mann Scheiße Wollen wir gleich weitergehen Einen Moment, kurz Hab' aufgekauft, Junge Ja, und ich hab' aufgekauft Schnell Kauft diesmal nicht die, äh, Mg 42 Die, Fg 42 Nicht kaufen So, diesmal klappt's besser Sieht gut aus diesmal Ich hab' kein Geld Nein, ich bekomm' ne Sniper Und snipet's auf Jawoll Ey, ich muss an die Kriste Lass mich ein paar Punkte machen Browning Wie vorhin Lass mich Punkte machen, dass ich auch noch Jugger bekomm' Jo So Krieg' ich nicht mehr hin, ich bekomm' noch keinen Jugger mehr Sehr egal Doch, doch, bekomm' ich Was Christian Wie sind das schon wieder passiert, Mann? Ja, das passiert immer aus Versehen, ich weiß nicht wie Oh Mann Ich geh' schon mal die Map erkunden, ne? Ernsthaft, Christian? Ich weiß nicht wie das geht Irgendwie halt, ich kenn' schon mal was auf die Bank einschern Ja, ich weiß schon wie du das geschafft hast von der Kiste aus Ja Soll ich auch? Nein, lass mal Nein, lass mal Wenn du noch runter fliegst Also Dominik Komm, ich sammle die hier an Die kommt von mir Geh da weg, Mann Nein, nein Aua Drei Schläge Drei Schläge Ah, die kommen hier rüber Die backen hier rüber Okay, guck mal, der Zombie da oben Guck mal her, dass die sich hier ansammeln Wenn wir gleich alle hier durchkommen Dann schießen wir Ah, ich würd' sagen, wir hören dann mal auf zu klitschen Oh Mann Geil, Mann Klitsching in the moonlight Everybody Nächste Rund Geil, sag' scheus drauf Duh, da 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 tschakka 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 not Dominik, was machst du da? Nächste ich geh nochmal in die Kiste Dominik, ja das ist gefährlich Molotow, was soll ich mit Molotow Junge bleib hier man, du kannst mich doch hier nicht alleine lassen ey du spinnst doch so wie du mich wenn die Hunde dich auch das Map schlagen ich rette dich nicht hat es man so richtig auch Mensch, 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 immer diese Glitzer hier ich habe hier ungefähr so 20 Euro und der Aufnahmen wie du Auto Map bist jetzt darf ich jetzt auch einmal gleich äh ich glaube ich hab grad, ne doch gestern komm, wo ich bin im Anfangsraum ist die Munition die Munition ist im Anfangsraum komm, mich nicht hin komm, wie der Hund, natürlich, du musst einfach da rüberspringen oh, komm, wie der Hund mich anguckt tötet ihn mal nicht, der guckt mich voll süß an siehst du das mein Hund komm, jetzt wieder dein ey, ich kann die Barrieren reparieren haha, guck's dir an ja, für was hat er das denn hier eingebaut, wenn man ah, vergiss es ich guck den Zombies beim Spawn zu ja, okay, äh, ich komm jetzt wieder rein, aber ah, Double Points ah, Double Points ja, dann lass mich halt Punkte machen, glaube ich auch komm, jetzt schon genug, und das Insta kommt her, meine Freunde du bist die Letzten oh ja, oh ja, die Map ist geil wenn man nicht glitscht Dominik, probier's grad erst gar nicht, Mann nein, mach ich hier nicht oh, MG42, Browning ich brauch bloß so'n Glitsch, wo man sie ansammeln können Christian, komm jetzt rein ich bin nicht doch, ich bin hinter dir ich bin nicht an du rennst runden, ich sammle an äh, andersrum sag, wenn du Hilfe brauchst gut, ich kann sogar Sachen einsammeln jetzt stufe ich meine Mutter an, ey, warte mal kurz Mama Dominik, die Zombies kommen, Autofil ja ähm, ja, kannst du du ein Tabak bitte mitnehmen okay, aber bitte, bitte ein Stuftabak na 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 ja okay dann, ciao ja okay dann, ciao na 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 ja 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 okay, ciao natin 6 na nix ja okay Ja, okay. Hast grad pisst dich zu dir in der Hand. Nein, ich soll nicht. Nein! Scheiße, Dominik, ich komm hier nicht mehr raus. Es geht gerade nicht schon, ich schau. Oh, oh mein Gott. Dominik, du musst hier aufkaufen, weil wir kommen jetzt nicht mehr zurück. Ja, und stirb doch einfach. Ja, kauf auf, auf. Du musst aufkaufen, Junge. Wie viel Geld hab ich? Leg alles drauf. Na. Hast du aufgekaufen? Ja, boah, zum Glück. Da, wie kommen wir jetzt ordentlich Zinsen drauf? Ja. Wo ist denn der Zombie? Wir spielen jetzt, ähm, zwei... Ach, wir müssen die Tür noch aufkaufen. Ups. Das kommt der Zombie nicht. Ja, Dominik, ich bin jetzt ordentlich. Und ich lege eben, irgendein Mg, ich lege, ich glaub, die Browning-Tusch weglegen. Wie, das zwei? Ja, Browning und Mg-240, aber das, äh, Browning-Tusch weglegen. Weil ich brauche eine Waffe, wo ich schneller mitlaufen kann. Nein, nicht so auf, Christian, fahr auf, man. Was denn? Ich mach doch gar nichts. Ja, und trotzdem. Das passiert halt mal. Ja, aber nicht, wenn man es fünfmal hinterher und absichtlich macht. Das vor... Ja, komm, wenn Dragon Ray Amp ein Glitch findet, dann muss er den auch nutzen. Ey, ich spiel dann nicht nur mit dir. Ich komm, ich spiel ordentlich. Ja, mach ich. Ich schieß noch die Browning-Tuschler und dann... Ey, warte mal, ich muss wieder reinkommen, irgendwie. Ich spiel gleich ordentlich Geld auf die Bank. Du weißt, Glitchen ist mein Hobby, das macht mir Spaß, hab ich... Für was hab ich denn auf YouTube mit Glitchen angefangen? Ja, und aber trotzdem nicht im Kassum-Zombiechen nicht, wenn ich auch aufnehme. Ich schieße eh noch meine Browning-Tuschler. Ganz verschwenderisch. Ähm... Ich hätte vorher noch...